Das Schloss Saarbrücken. 130 Gäste dinieren hier heute. Als Hauptspeise gibt es Deftiges. Schweinebraten mit Stampfkartoffeln und Bohnen. Alles regionale Zutaten. 74 Euro haben die Gäste für das Menü gezahlt und sie sind begeistert. Es ist ein großer Abend für Sie. Lea Linster und ihre Köche. Zehn geistig und körperlich behinderte Menschen. So fing es vor knapp einem Monat an. In Lea Linsters Restaurant im luxemburgischen Friesingen treffen sich die Starköchin und ihre Helfer zum ersten Mal. Lea Linsters Ziel dabei, den Spaß am Kochen vermitteln. Ich glaube, wenn man den Leuten was geben kann und wenn man Freude machen kann und auch, dass die Freude an sich selber haben, das finde ich das Allerwichtigste, dass die ein gutes Gefühl kriegen. Wenn ich das ermitteln kann, dann bin ich gerne dabei. Also drei Leute, die gerne Terrene machen. Normalerweise arbeiten die Teilnehmer in Behindertenwerkstätten in der Küche. Es ist das erste Mal, dass sie ein Fünf-Gänge-Menü für so viele Gäste zubereiten. Corbignan Wolf ist zu Chef in Lea Linsters Restaurant. Er wird die Nachwuchsköche anleiten. Also vorher war ich eher nicht so aufgeregt, aber die Aufregung, die steigt jetzt schon wenig. Aber sie wird sich bestimmt lohnen. Nachher wird der ganze Erfolg und die Komplimente soll für die Leute sein. Und ich finde immer, wenn man eine gute Resonanz hat, dann das treibt einen an, um noch mehr zu machen. Und wenn das dann geschieht an dem Abend, dann wird das ein wunderbarer Abend sein. Der große Tag. Corbignan Wolf verteilt die Aufgaben. Und dann kann es auch schon losgehen. Frische Erbsen für die Vorspeise. Ein geeistes Süppchen. Das Fleisch kommt frisch vom Bauernhof. Claudia Nikolajczek schält Möhren. Sie kommen in die Soße für das Hauptgericht. Das hier mit dem Schweinebraten. Hast du was schon mal gekocht? Nee, eigentlich noch gar nicht. Obwohl sie zum ersten Mal Braten in Biersoße kochen, läuft alles glatt. Die Köche bleiben cool. Das Dessert. Zuerst eine Crème brûlée. Und dann ein Sorbet. Dafür müssen noch Erdbeeren püriert und gekühlt werden. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist das Sorbet. Dass es wirklich kalt genug wird. Das ist noch etwas flüssig. Und wie hat es funktioniert hier so? Super. Also es hat mich echt überrascht. Die arbeiten sehr gut. Und vor allem arbeiten mit Leidenschaft. Finde ich super. Und die sind wirklich dabei. Also ich hätt' nicht gedacht, dass es so gut klappt. Die Chefin Möhren Linster überprüft im Festsaal die letzten Details und hilft beim Anrichten der Speisen. Der Zwischengang ist schon fertig. Hirschterrine. Dazu Spargelsalat mit Orangenvinaigrette. Im Saal. Die Leidenschaft der Köche hat sich gelohnt. Die Crème brûlée karamellisieren ist Chefsache. Und dann dürfen die Köche ihre eigenen Gerichte probieren. Die Anspannung fällt ab. Also es ist sehr gut gelaufen. Also ich hätt' mir's eigentlich gar nicht so vorgestellt. Jetzt sind alle ganz, ganz glücklich, dass die Leute so zufrieden sind, dass das Ding gut geschmeckt hat und dass das ein wunderschönes Fest ist. Also ich würde sagen, wir hatten die beste Brigade des Saarlands heute. Die Kochbrigade hat gute Arbeit geleistet. Ein verdienter Applaus.